willkommen zurück zu einer folge von wir sind hier ja die hat es wahrscheinlich ein kleines bisschen mit dem hals aber na gut warum so gehen wir mal kurz eine stunde schlafen jetzt passiert nämlich was ganz 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 ominöses du wachst auf und fühlst dich ausgeruht ja aber wo sind wir und wo sind meine sachen gut geschlafen ja eigentlich ganz gut was wo bin ich wer seid ihr ist das wirklich wichtig ihr seid im warmen und im trockenen und noch immer lebendig das ist mehr als man über die alte grellot sagen kann aha ihr wisst davon himmelsrand weiß davon eine alte hexe die in ihrem eigenen waisenhaus umgebracht wird so etwas spricht sich normalerweise herum bitte versteht mich nicht falsch es war saubere arbeit das alte weib wird ist nicht anders verdient sehr schön und rein habt ihr noch eine bande kleiner sträuche gerettet aber ein kleines problem und zwar irgendwie gefällt es mir nicht wie sie die ganze entwickelt na gut okay ein problem seht ihr dieser kleine aritino junge hat nach der dunklen bruderschaft gesucht nach mir und meinen verbündeten grellot die gütige war ein besiegelter kontrakt der bruderschaft ein mord auftrag den ihr gestohlen habt ein mord den ihr zurückzahlen müsst muss das sein wollt ihr dass ich jemand anderen morde schon lustig dass ihr fragt wenn ihr euch umdreht werdet ihr meine gäste bemerken ich habe sie abgeholt von das ist nicht wirklich wichtig dass hier und jetzt darauf kommt es an ihr müsst wissen dass es für einen von ihnen einen auftrag gibt und diese person wird diesen raum nicht lebendig verlassen nur wer ist es nur zu okay wollen wir mal sehen ob ihr das rätsel lösen könnt trefft eure wahl und ein leben aus ich will dabei nur zu sehen und den anblick bewundern ja ich habe mit diesem wahnsinn nichts zu tun okay das ist wirklich zu schade ich scheint aber nicht klar zu sein dass ihr teil dieses wahnsinns geworden seid als ihr grellot das leben genommen habt ihr habt ja ein klein wenig vielleicht und nun ist es an der zeit die konsequenzen eures handelns zu tragen diese hütte erst wenn jemand gestorben ist okay ja wie wäre es wenn ich dich töte kleine miese so das problem ist dass ich keine hände mehr habe wow sehr interessant was denn hier los was denn bloß mit den lichtverhältnissen hier die sind ja wow wow alter einmal ist hier das ding einmal da okay die hütte ist das hier war ja noch okay aber hä weil hier lächer drin sind deshalb sind hier solche verkackten lichtverhältnisse so ein scheiß naja gut also dann ja fulltime der vorschlose ich kann euch da draußen sprechen hören bitte lasst mich gehen ich habe euch nichts getan okay wer seid ihr ich heiße fulltime ich bin ein soldat nun ja eigentlich seltener ihr wisst schon ein käuflicher krieger okay ich habe mein ganzes leben in himmelsrand verbracht das ist alles ich bin ein niemand wirklich also könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen würde jemand geld dafür zahlen damit man euch tötet bei den gattern ich will nicht sterben überreden na gut möglich wär's ich verdinge mich jetzt schon seit jahren als söldner habe eine menge leute getötet könnte schon sein dass ich da jemand rächen will aber okay aber ihr werdet mich nicht töten, oder? ja, puh, das weiß ich nicht, keine Ahnung was habe ich getan? aber es... bitte, was da ist klappe nehmt mir diese Sachen ab okay, wer seid ihr? das geht euch einen feuchten Dreck an hm wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich Mara sei mein Zeuge wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte würde ich euch mitten ins Gesicht spucken okay, die mag ich schon mal nicht, aber mal schauen wie bitte? was ist das denn für eine Frage? äh, naja, keine Ahnung egal, überreden ich lebe als Frau mit sechs Kindern und ohne Ehemann in Himmelsrand ich habe weder die Zeit noch die Geduld nett zu sein sehen mich manche Leute mit herablassenden Blicken an? habe ich mir Feinde gemacht darauf könnt ihr Gift nehmen okay die ist sehr interessant ich habe keine Zeit für diesen Unsinn ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren also lasst mich jetzt hier raus okay, na dann wer immer das auch ist wir hatten eindeutig einen schlechten Start wer seid ihr? mhm 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 Okay mhm ist das euer Ernst? mhm okay na los ihr könnt mir ruhig sagen ok hhhelha ghetto die wahre Frage lautet würde jemand dafür bezahlen mich zu töten mhm wenn ein Tag vergeht ohne dass mich jemand auf der Straße ausweilen will mhm Bin ich enttäuscht. Oh. Okay, gut. Ja, dann weiß ich jetzt, wer das ist. Ihr lasst mich fragen. Die Anspannung bringt mich noch nicht. Dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und bitte auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Gut. Also ich nehme den hier auf alle Fälle. Ja, 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 ja. Ruhe. Okay, mein Freund. Du hast ein kleines Problemchen. Gudi. Gudi. Der hinterhältige Khajiit. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Naja, irgendwie schon. Ja. Irgendwie schon. Der hinterhältige Khajiit. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Okay. Und wer war es? Wer hatte den Auftrag? Oh nein, nein, nein. Versteht ihr denn jetzt? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl gefolgt habt. Hm. Hm. Dann kann ich jetzt gehen. Super. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Äh. Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Äh. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Okay, das ist ein bisschen eskaliert. Im südwestlichen Teil vom Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet, still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen. Und euer neues Leben beginnt. Das ging ja mal ziemlich einfach. Wir sehen uns zu Hause. Äh, ja. Sonst noch irgendwas? Vergesst nicht, die Zuflucht liegt im südlichen Teil des Kiefernwaldes. Gleich unter der Straße, geschützt von neugierigen Blicken. Na gut, anders hätte ich hier nicht rausgehen können, komischerweise. Guti, gehen wir mal hier aus diesem leicht schräg beleuchteten Haus wieder raus. Wer das Tragen schwerer Rüstung trainiert, wird effektiver durch Eisen, Stahl, Zwergen, Org, Ebenerz und Detra-Rüstung geschützt. Ja. Eindeutig. Und ich will endlich wieder meine schöne Rüstung haben. Die war nämlich richtig geil. Die war richtig geil. Nehmen wir es rein, die gibt es, neun Fürstentümer. Ja, das hatten wir schon. Da war aber noch eine richtig schöne Karte nebenbei. Schön wäre, wenn sich das noch ändern würde, dass man nicht nur ein einziges Symbol hat, sondern dass das dann auch wieder zum Text passt. Wo sind wir denn? War ja klar. Und eine megamäßig schlecht beleuchtete Karte. Die wird wahrscheinlich gleich besser. Jetzt zum Beispiel. Ne, immer noch. Oh Gott, ne. Irgendwie wie als... Oder es ist einfach nur Nebel überall. Also dann. Wo müssen wir denn hin? Ne, ne, ne. Schwert des Roten Adlers auch nicht. Süden, Südwesten, Anführer von Druderschanze. Ne, 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 ne. Ach, das muss ich eventuell noch aktivieren. Hier. Verschaffe dir Zutritt. Also, ähm. Ah. Ein Falkenring. Das ging hier mal einfach. Äh. Ich glaube, wir werden von Falkenring... Ne, von Falkenringen sind wir ja dann in der Stadt. Du kannst nicht, während Feinde in der Nähe sind. Ne, wo sind denn hier mal Feinde in der Nähe? Ich sehe hier keine Feinde in der Nähe. In nirgends... Ne, in keiner Nähe. Ne, ne. Oh, und ich hoffe nur, dass die Karte irgendwann besser wird. Oh, das ist ja unmöglich einfach nur. Und ich kann immer noch nicht. Was ist denn hier los? Unmöglichste Lichtverhältnisse sind das doch. Kranker Scheiß. Ach, das ist immer noch so. Ich will hier endlich mal weg. Kommt doch. Jetzt klappt's. Man muss nur ein bisschen weiter laufen. Ein paar Meter weiter weg von dem Gegner. Und schon klappt das. Zenitar ist der Gott der Arbeit und des Handels. Einer seiner Schreine befindet sich im Tempel der Göttlichen in Einsamkeit. Hm. Leider gibt's wirklich nur einen Tempel der Göttlichen. Könnte ruhig noch mehr von den Dingern geben. In jeder Stadt ein. Na schön. Wenn der Großkönig stirbt. Ja, ja, ja. Wird ein neuer Großkönig gewählt werden müssen. Okay, wie geht's da? Aber wieso ist denn die immer noch so scheiße? Was ist denn mit dieser Karte los? Irgendwas ist mit der Karte verkehrt. Seit ich da reingegangen bin, ist die Karte auf einmal komisch. Die ist so unscharf. So. Verpixelt. Eiserst, eiserst, eiserst unschön. Na okay, da muss ich mich dann später mal drum kümmern. Das Einzige, was jetzt noch zählt, ist, dass die Karte noch jetzt angenehm geht. So. Verschafft der Zutritt zur Zuflucht? Ja, ja. Das ist im Südwesten. Da. Genau. Wahrscheinlich liegt's einfach nur am Wetter. Aber das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. So, na dann. Wo ist der dämliche Eingang? Kommen wir noch. Noch ein Stück. Oh ja. Unter der Straße. Haben wir's doch gefunden. Vor allem wird's hier schnell dunkel. Und dann wird man zack. Dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Was ist denn hier los? Moment mal kurz. Mal kurz das Testen hier. Ja, das ist anscheinend permanent. Irgendwas ist hier verkehrt. Aha. Okay, und wenn man jetzt mal kurz auf die Karte geht. Ist es immer noch so. Okay, da können wir's mal wieder anmachen. Okay. So. Hier ist also der Eingang zur dunklen Bruderschaft. Sehr schön. Das sieht mal nach einer ziemlich krassen Tür aus, du. Respekt, Respekt, Respekt. Ja, dann. Gehen wir mal rein in die... Was ist die Musik des Lebens? Ja, still, mein Bruder. Willkommen zu Hause. Also die Tür ist cool. Die ist richtig krass. Na gut. Können wir nur hoffen, dass endlich mal die Karte besser wird. Seit diesem Quest ist die Karte so milchig. Oder ich müsste Skyrim mal neu starten. Aber das mache ich dann auch nachher. Jetzt habe ich erstmal Bock, was aufzunehmen. So. Das muss jetzt gehen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will, dass es fertig lädt. Na, 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 na. Fertig geladen hat es irgendwann später. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Irgendwann. Na, 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 na. Jetzt. Ah. Und jetzt sieht es auch gleich viel besser aus. Und ich denke mal, die Karte ist auch gut. Oh, nee. Ist immer noch nicht gut. Ist immer noch so milchig. Was ist mit der Karte los? Hier sieht alles so schön rot aus. Und alles mögliche. Also ich finde, die Gegend hier sieht meiner Meinung nach super aus. Irgendwas ist hier halt nur passiert. Moment. Warte mal. Ich bin hier lang gegangen und auf einmal gab es... Ne, gut. Das würde sich dann wahrscheinlich wiederholen. Hm. Hm. Verlorene Legenden. Kenne ich schon. Kenne ich alles. Kenne ich alles. Hier ist auch nichts. Die Wahrheit der Mutter der Nacht. Okay. So, wie zu dem Thema. Was ist denn hier? Ähm. Hm. Hm. Hierrum wird den Himmelsrand sein. Ja, das könnte vielleicht... Kommt das so hin? Ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich eher so rum. Ja. Genau. Und da wurde anscheinend bisschen das Kriegsbeil reingehauen. Ich glaube, das ist wegen mir. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Sitis. Was ist das denn? Uh. Sehr schön. Und endlich mal noch ein Level-Up. So muss das mal sein. Schattenrobe. Schattenkapuze. Offene Schattenkapuze. Schattenfaustbänder. Ey. Ich glaube, die nehme ich alle mit. Nehmen. 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 Schattenkapuze. Und ein Stahldolch. Zauberkosten 15% weniger. Sehr nett. Und die Schuhe. Der Träger kann sich lautlos bewegen. Cool. Ich kann nur hoffen, dass das öfter auftaucht. Vor allem dieses lautlose Bewegen ist ja mal wirklich übelst krass. Was ist denn hier los? Okay. Und es wird hell. Instant. So müsste das eigentlich auch sein. Aber ich glaube, das wird immer... Oh. Ha, ha, ha. Haben wir einen gefunden. Ah. Ja. Genau. Ich glaube, den letzten Barenziersplitter hätten wir nie gefunden. Hätten wir das Quest nicht irgendwann mal angefangen. Aber doch gut. Wir haben es ja jetzt. Wir haben es ja. Sind hier sonst noch irgendwo Sachen drin? Nein. Okay. Der Stahldolch ist auch nichts Besonderes. Ähm. Puh. In dem Schrank ist auch nichts. Hier liegt allgemein auch nicht viel. Vor allem ist das Ding direkt hier drin. Sehr interessant. Hier ist allgemein ein bisschen was verglitscht hier, kann man sagen. Na gut. Ist aber auch die dunkle Bruderschaft. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Ah, endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Und nun? Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sicheren Ort. Also macht es euch gemütlich. Hm. Okay. Äh. Ich will mich geehrter, teurer Familie zu sein. Okay. Wann darf ich jemanden... Okay, das ist jetzt super. ...unserer Familie, Schätzchen. Unserer Familie. Mit vereinten Kräften kann die dunkle Bruderschaft alles erreichen. Aber ihr müsst darauf brennen, mit der Arbeit zu beginnen. Ich bereite einen Auftrag vor, brauche aber noch etwas Zeit. Bis dahin solltet ihr Nazir aufsuchen. Er hat ein paar kleinere Aufträge zu vergeben. Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Hm. Ach ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Hm. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Okay. Habe ich die jetzt einfach so bekommen? Oder? Ja gut. Für mich geehrt. Blablabla. Ah, jetzt. Ja, wer ist die Mutter der Nacht? Die unheilige Oberin. Die verhüllte Dame. Die Herren der Lehre. Sie trägt viele Namen. Vor sehr langer Zeit schenkte sie Thys einer Frau fünf Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen. Und wurde so zur Mutter der Nacht. Wenn man derartige Geschichten glaubt. Sehr interessant. Nun, sie ist nur noch ein Skelett. Ein alter Leichnam. Was aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wird. Aha, okay. Die Mutter der Nacht wird also hierher gebracht? Ja, vor einigen Monaten erfuhr ich vom Bewahrer der Mutter der Nacht, dass er nach seiner Abreise aus Syrodiil in Himmelsrand angelangt war. Hm. Die Krypta der Mutter der Nacht in Bravil wurde zerstört. Das haben wir dem Chaos des Krieges gegen die Talmud zu verdanken. Also musste sie umziehen. Ich weiß nicht, wo sich der Bewahrer in den vergangenen Monaten aufgehalten hat. Aber ich habe unlängst einen weiteren Brief erhalten. Er bringt die Mutter der Nacht hierher. Schon bald. Interessant, okay. Woher kommen die Aufträge? Sie kamen immer von der Mutter der Nacht. Potenzielle Auftraggeber mussten das schwarze Sakrament vollziehen, damit sie ihre Gebete erhört. Die Mutter der Nacht teilte dem Zuhörer dann die genauen Umstände mit. Der Zuhörer entsandte dann einen Sprecher, der den Auftrag mit dem Auftraggeber offiziell vereinbarte. Das ist alles aber schon sehr lange her. Es gab schon seit Jahren keinen Zuhörer mehr. Nicht seit Syrodiil im Krieg mit den Talmud überrannt wurde. Aber die Leute wissen das nicht. Also vollziehen sie noch immer das Ritual. Und früher oder später erfahren wir davon. Wenn jemand uns braucht, finden wir es auch heraus. Das klingt doch mal interessant. Und wenn ich beim Töten erwischt werde? Das vermeidet ihr besser. Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln. Oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem Fürstentum, in dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Das kenne ich schon. Ihr könnt natürlich fliehen. Aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Ist uns allen schon passiert. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifthorn kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. Was wäre dann der Preis? Okay, ähm, gibt es irgendwelche Regeln, von denen ich wissen sollte? Früher war die dunkle Bruderschaft an die fünf Gebote gebunden. Die da wären? Aber wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr daran. All diese Regeln, all die Disziplin. Und seht nur, was am Ende aus der dunklen Bruderschaft geworden ist. Wir sind die Letzten unserer Art. Und wir leben nach unseren eigenen Vorstellungen. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Hm. Hm. Okay. Ähm, was könnt ihr mir über euch erzählen? Die unbekannte Unbekannte. Ach, komm schon. So, das wollte ich jetzt nicht. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Jetzt. Diese Zuflucht war mein Leben, seit ich eine junge Frau war. Mhm. Schon früh entdeckte ich mein, wie soll ich sagen, meine Gabe fürs Töten. Die ist... Ich hatte einen Onkel, der mir bestimmte, unerwünschte Avancen machte. Also brachte ich ihn um. Es gefiel mir. Dann habe ich wieder getötet. Und es gefiel mir noch mehr. So ging es dann immer weiter. Schließlich wurde ich von der dunklen Bruderschaft angeheuert. Und bin seither bei ihnen. Eiserst, äiserst Gutsch. Garten Armbion kennen. Stieg in die Führungsriege auf. Und nun stehe ich hier. Hm. Okay. Stellt euch auf jeden Fall den Mittag. So, also dann. Wir haben theoretisch zweimal... Ich wusste es doch. Offene Schattenkapuze. Und dann gibt es doch bestimmt noch eine normale Schattenkapuze. Genau. Zweimal eine normale Schattenkapuze. Schleichen. Und dann nochmal eine offene. Bogen wird um so und so viel gehört. Ah, es ist so geil. Zwei Schattenrüstung. Nummer eins. Schuhe. Stiefel. Handschuhe. Vor allem Faustbänder. Normale Schattenhandel. Überraschungseingriffe verursachen doppelten Schaden. Das ist ja mal cool. Nahrer Kapuzen. Eine Robe. Und eine Rüstung. Ah, zwei war das Unterschied. Sehr interessant. Son. Son.